Ein grünes Facebook-Posting von Vizekanzler Werner Kogler geteilt löst auf Facebook einen Sturm der Entrüstung aus. Der Text, jetzt sofort, das europarechtlich Mögliche tun, ist sinnvoller, als auf nationaler Ebene wiederholt rechtlich Unmögliches zu diskutieren. Die Grünen ernten auf Social Media einen Shitstorm dafür, beziehungsweise für die Duldung der ÖVP-Abschiebepolitik. In einem weiteren Posting auf Facebook machen sich die Grünen für den Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan stark. Abschiebungen nach Afghanistan kann und wird es nicht geben, ebenso wenig wie eine Präventivhaft. Der Vizekanzler hat das öffentlich bereits vor einer Woche klargestellt, ebenso die grüne Klubobfrau. Mittlerweile scheint das auch dem Innenminister und dem Außenminister klar zu sein, so die Grünen in diesem Posting. Weiters halten die Grünen fest, dass jeder, der die Menschenrechtskonvention in Frage stellt, auch die Grundfesten Europas in Frage stellen würde. Dieses bereits zitierte Statement der Grünen löst auf Facebook dann einen wahren Entrüstungssturm der grünen Basis aus. Die Kommentare lesen sich ungefähr so. Kündigt endlich diese Koalition auf. Ihr schaut bei der nächsten Wahl durch die Finger, wenn ihr so weitermacht. Oder ihr seid nicht gewählt worden, um kurz das Regieren zu ermöglichen. Und ein extrem enttäuschter Grünwähler postet sogar, ich schäme mich von Tag zu Tag mehr, ein Grünwähler zu sein.